Good evening, beautiful people. Ich bin völlig am Ende. Wir ballern jetzt schon seit 8 Stunden, 8,5, 9 Stunden und zum guten Schluss nach diesem krassen Bergpass und nach dieser Quälerei über den Bergpass sind wir mitten durch Sacramento gewallert. Ich habe gezählt, das maximalste waren 9 Spuren Highway. Pro Seite, pro Seite, 9 Spuren. Mir reicht es. Wir haben noch eine Stunde Fahrt, 1,5, so was. 8 Uhr ist es jetzt, um 21 Uhr, 20, so was in dem Dreh kommen wir an. Ich bin fertig, bin am Ende. Ich bin einfach durch. Und Kathi war der Navigator und hat mich perfekt durch Sacramento geleitet. Das war der helle Wahnsinn. Mäuschen, Spitte, nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dankeschön. In diesem Sinne, der nächste Shot kommt hoffentlich vom Campingplatz K.O.A., so ist es. Ich bin raus.